Hallo Bayern München Fans, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euch für den Kanal anzumelden, euer Like zu geben und das Video bis zum Ende anzuschauen. Denn heute sprechen wir über ein großes Talent im Fußball. Kvitscha Kvaratskelia ist ein junger Stürmer, der sich beim SSC Neapel einen Namen gemacht hat, in dem er außergewöhnliche Tore erzielt und beeindruckende Vorlagen liefert. Er ist ein aufstrebender Stern und hat das Interesse großer Vereine geweckt. Wie zum Beispiel Barcelona, Real Madrid und unserem geliebten FC Bayern München. In seiner Debutsaison beim SSC Neapel erzielte Kvaratskelia 14 Tore und gab 17 Vorlagen in 43 Spielen und zeigte dabei sein gesamtes Talent und Können auf dem Spielfeld. In dieser Saison hat er bereits drei Tore und fünf Vorlagen in 15 offiziellen Spielen beigesteuert. Der Trainer der georgischen Nationalmannschaft, Willi Sagnol, warnte davor, dass Vereine wie Barcelona, Real Madrid und unser geliebter FC Bayern München ein Auge auf Kvaratskelia geworfen haben. Trotz des Interesses anderer Vereine hat Kvaratskelia einen Vertrag beim SSC Neapel bis Juni 2027. Allerdings soll er Verhandlungen über eine Verlängerung führen, die eine erhebliche Gehaltserhöhung beinhalten könnte. Sein Marktwert ist ebenfalls gestiegen. Von 13.300.000 Euro auf mindestens 90 Millionen Euro. Also Fans, was haltet ihr von diesem Fußball-Talent? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, euch für den Kanal anzumelden, um keine neue Käten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!